Vanessa Mai zeigt ihren sexy Knackpo und lädt zum Workout ein. Schlagersängerin Vanessa Mai zeigt auf einem sexy Foto auf Instagram ihre tolle Figur und lädt ihre Fans zum Fitness ein. Stuttgart, wer würde bei diesem Anblick wohl nicht sofort zu den Hanteln rennen und lossporteln? Schlagerstar Vanessa Mai, 28, heizt nämlich mit einem neuen Bild auf ihrer Instagram-Seite zumindest einmal ihren mehr als 787.000 Followern ordentlich ein. Darauf sehen wir die Venedig-Sängerin im Sporthoutfit an eine Ziegelwand gelehnt, wobei sie uns ihre prächtige Rückansicht präsentiert, bei der die enge lilafarbene Sporthose ihren Knackpo wunderbar sexy zur Geltung bringt. Mit einem bezaubernden Lächeln auf den Lippen fragt die in Backlang bei Stuttgart lebende Künstlerin ihr Mai-Team, wie sie ihre Community liebevoll nennt, tagt, wanna work out with me? Die Tee Möchtest du zusammen mit mir ein Workout machen? Und alles andere als verwunderlich, fanden sich unter den zahlreichen Kommentaren eine ganze Menge Fitnessfans oder solche, die es spätestens nach diesem Bild werden wollen. Möchtest du zusammen mit mir ein Workout machen? Möchtest du zusammen mit mir ein Workout machen? Möchtest du zusammen mit mir ein Workout machen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020